Hallo, wir sind von Strip Blows und heute werden wir einen Geist beschweren. Was wir brauchen? Eine Kerze in Form eines Dreiecks und in der Mitte ein Auge. Wir brauchen ein Glas Wasser, einen Löffel und ein Salz. Als erstes streuen wir den Salz und wir füllen jetzt. Charlie, Charlie, bist du hier in diesem Raum? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir machen noch mehr Salz. Oh, jetzt kommt mehr. Jetzt rüllen wir uns wieder um. Charlie, Charlie, bist du hier? Ach, das ist hier. Ich habe hier. Google! Handy, ich habe hier. Da ist es hier. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.